Hallo und herzlich willkommen zu Sticks Ja, mach das doch jetzt gleich nochmal richtig Ja, dann hören wir dir aber das Gerede jetzt nicht Ja, das ist doch scheißegal, wir haben nur nur scheiße gelarbeitet Unser gelarbeitet ist für Jod Achso, du hast schon mit der gesprochen Ja, dann herzlich willkommen Oder willst du einfach nochmal neu starten, wir machen es nochmal ganz neu Alter, einfach die Fresse Wobei, interessiert sowieso keinem, was die labert Oh, René ist leider durch die Tür gegangen Und das tut mir sehr leid Ich verstehe auch nicht, warum wir sowas immer machen Ich mach gerade eine Fähigkeit aus mir, du blöse Arschloch, alter Es sieht genauso aus wie fast am Anfang Wir müssten doch jetzt, in der Ähnlichkeit müsste das jetzt aussehen Stand der Diebe Ja Wollte doch extra gesagt, wir waren doch ganz am Anfang da Keine Ahnung Wir nehmen doch jetzt Acker an diesen Typen Wir haben so lange schon physisch Äh, Things Alles geklaut haben Ich dachte, es geht um das Zepter Viele werden initialisiert Warte auf Klient Oh, jetzt Oh, doch, das kennen wir doch Ja, das kennen wir doch Doch, das ist genau die Map Die wir schon mal waren Alles klar Jetzt haben die Jetzt kommen wir jetzt als nächstes dazu, oder? Oh, ja, das sieht genauso aus Das ist dieselbe Map Nur, dass wir halt ein bisschen weiter da hinten gespawnt sind Naja, das sind wir vorne dazu Weiter vorne meine ich Na, da wissen wir ja, wo wir lang gehen, ne? Jetzt? Ich kenn den Weg noch Ich kenn den Weg noch, oder? Nein, nein Ja, nee, ich meine, dass wir wirklich da lang gehen Wollte grad sagen, was? Was? Was machst du denn? Ich wollte ne Taste drücken und hab die falsche Taste gedrückt Das ist ein Neustart Ich spring runter Jo, Leute, die hat mich auch gefunden Ich hab mich grad getötet Nice Also Oh, ja So geht's richtig gut ab Was? Warum tötest du auf einmal Leute? Carl, das tötet Leute Oh Ich hab außersehen L1 gedrückt Also LB gedrückt Und da hatte ich außersehen noch die Pfeile Und ich wollte aber eigentlich das ändern Und hab aber falsch rum gedacht Naja Sorry Jetzt haben die Quarzwaffen, Alter Das ist ja richtig Oh Oh So, erstmal jetzt Ablenkungsgegenstand Aber der Haltrand steht da gar nicht mehr Toll Na, da kannst du dich erinnern, oder was? Ja Er ist ein bisschen langweilig Deswegen mach ich auch ein bisschen was anderes Warum hat der mich direkt gesehen? Nice Jetzt renn die hier rum GG 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 Ich bin tot Ich mach erst mal direkt Instant Nur Rats Jetzt bist du ja gelohnt mitzumachen Naja Das starten wir eh nochmal neu Deswegen mach ich gleich weiter Hä, nein Starten wir nicht Ich bin der A-Lock Warum nicht gleich A-Lock, Alter? Ja, ich geh zu Jack Können wir den rein? Was machst du denn? Was machst du denn? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Was du da machst Ja, nicht Du gehst zu A-Lock, ne? Habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Ich will das Quart sagen Ja, da bin ich ja näher dran als du Leute, da steht ein Assassine Der sieht halt einfach aus wie ein Assassine, der Typ Alter, weißt du, wo das Quarz ist? Nicht machbar Nicht machbar Ohne Witz Komm mal hier rein Bist du da? Komm mal hier hoch Ja, bye bye Wollen wir es ausprobieren Das ging natürlich komplett in die Hose Ich warte so lange Du sollst dir das kurz angucken Wir haben ja Zeit Uns hetzt ja niemand Der eine Dude läuft halt nur rechts links Der backt bestimmt Ne, der backt nicht Der ist schon genau so, glaube ich Gönn dir Ich guck mir das mal an Hast du noch einen Ablenkungsgegenstand? Pass auf, pass auf, pass auf Versteck dich mal in dem Fass Versteck dich mal in dem Fass Ich hab' ne Idee Du willst noch mehr Aufmerksamkeit? Jetzt Jetzt kannst du es machen Nein Okay, ich hab mir das auch anders vorgestellt Ich glaube, dass ich da besser durchkomme Pass auf, hinter dir kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Ich weiß Ich weiß Ach, guck mal an Moin Wenn man keine Ablenkungsgegenstände hat Er stellt sich jetzt direkt neben mich Ja, dein Arm ist ganz verspannt Geh weiter Fett los Was muss man denn da machen? Mach dir ne Animation an den Ding? Ja Du musst gedrückt halten Wie lange dauert das? Keine Ahnung Bei Schreie Okay, ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt, ich greife jetzt mal mit ein. Tschüssi, Kowski. Ah, göttlich. Es war jetzt einfach göttlich, jetzt warte ich noch mal, bis du sports, dann war ich das. Er sucht noch. Mach schnell. Schnell, 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 schnell. Schau auf, dem klaue ich jetzt direkt das Glas hier weg. Naja, ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet. Zack. Er tut der, der die ganze Zeit an der Werkbahn stand. So, jawoll, ich finde das Grab von dem Hurensohn. Ich wollte ja zu Jack gehen, ne, ich habe mir glaube ich gerade anders überlegt, dass ich nicht zu Jack gehe, weil Jack ist eher in der Nähe von, willst du zu Jack gehen, weil du gerade runter gehen kannst? Ja. Dann mache ich. Arlok. Oh, es war knapp jetzt. Die Situation kennen wir doch noch, hier war noch mal ein Seil, aber hier ist das immer noch. Oh, oh mein Gott, oh mein, ich bin tot. War richtig gut von mir. Da lag noch ein Ablenkungsgegenstand. Da ist auch noch einer. Aber was geht jetzt hier ab? Was geht hier jetzt ab? Ja, ne, die haben hier gerade Alarm geschlagen. Okay, du hast das gemacht. explicat... ulde cack moin, komm unter den Tisch ... h ... Hier kann man langlaufen, Alter. Obwohl es hier komplett schwarz ist. Neu. Hm. Ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich bin hier nicht reingelaufen. Ich habe hier keine Orientierung drin. In dem Raum. Ich auch nicht. Du bist doch hier reingelaufen. Ja, irgendwie. Hier war ich vorhin. Hier kommt einer. Hier kommt einer. Hier kommt einer. Hier kommt einer. Kommen wir so vor, als wäre ich eine ganz normale Person, die hier jetzt rumläuft. Also töten und finde das Grab. Wo bist du jetzt hochgeklettert? Ich bin einfach da reingesprungen. Ich bin einfach da reingesprungen. So, jetzt bin ich in der selben Position, wo ich schon mal war. Dadurch, dass du mir kein Space gelassen hast, um mir meine Fertigkeiten zu machen, kann ich mir jetzt auch keinen Goldharztrank herstellen. Ich hab Jack gefunden! In dem Sinne, da steht ne Wache drin. Hast du den jetzt echt umgebracht? Ja! Du bist so ein Wichser, ne? Seid mal da, wo du bist. Ja, ich bin jetzt gefunden. Die gucken jetzt natürlich schon drunter nach. Rene, du bist so doof, ne? Ich hab gesagt, lass mir den... Oh! 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 Du bist so doof, ne? Oh! Nee! 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 Ich hab das gewaatt! Ich bin Ich tot Ich bin tot Bleib vor dem Leben Haben die dich erwischt oder was? Mich, mich, mich Weil auf einmal stand der vor mir so Weil ich nur ganz leicht raus bin, wo er mich eigentlich hätte nicht sehen können So You're dead Wie gesagt Da ist der Jack Ja ne, irgendwie ist er nicht da Ja, wir müssen das Grab finden Oder so Ne, was müssen wir das finden? Warte mal Finde den Gefangenen von Grabjack Ja und den Grabjack Und danach müssen wir Grabjack killen Ja, bleib mal da Ja Wie hast du den denn gekillt, Alter? Das geht ja weg Ich pergunte einfach an René René macht keinen Scheiß Der Typ tötet den da jetzt schon Aha, wie geil ist das denn jetzt gemacht? Willst du mich den noch bestellen? Liegt den in der Ecke, um gut ist Wie bist du hier reingekommen? Hier Ja Ohne Scheiß, wenn man Spots Das ist immer so übel verwirrend Jetzt sind sie alle aufgewühlt, Alter Sind sie alle ganz nervös Wir sind ja gerade nur so zwei, drei Leute drin Ähm, ja René, wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich hab das schon wieder Finde, ach der ist hinter mir Wie komme ich denn da jetzt hoch? Der Dude da ist der Typ, der eben alle abgestochen hat, ne? Was, Arlock? Oder was? Nö Das ist einer grün Das heißt, der tut mir noch nichts Ja Das ist der Dude Kommst du eigentlich nicht zu mir? Warte ganz ruhig Was machst du denn da unten? Soll ich die Nummer ablenken? Jetzt bist du so ganz nervös Ach man, das sind doch alles Missgeburten Bizarre Doch, keine Ahnung Bei einer Ecke, wo man nicht weg kann Da ist er einfach weg, ne? Der Dude guckt uns doch direkt an Hallo, wir sind hier Where did he go? I can't find him anywhere Ich hab ihn mal Ein bisschen geheilt Nicht von ganz oben springen Ich bin unter dich Ich bin an deine Füße gesprungen Warum bist du tot? Weil da oben auf einmal Der Dude, weil ich gesprungen bin Mich gesehen hat ganz plötzlich Und direkt einfach Weniger von einer Sekunde Das Wurfmesser geworfen hat Hast du mich spawnen? Kannst du dich spawnen? Nö Warte kurz Ich will nur was ausprobieren Was Y ist Oh mein Gott Das Y ist das Tauschen Das könnte ja sein, dass wir beide tot sind Ich bin tot Du bist auch tot Achja Ja egal Der Anfang war scheiße Ich wusste nicht, dass die mich sehen Und wie das? Hä? Und wie das? Ich bin da hin Hab keinen Moment abgewartet Wo der eine so ein Stückchen nach rechts läuft Hab's geklaut Und genau in dem Moment Wo er wieder hinläuft Ist man halt fertig Und Und hier haben wir auch keinen Krach da Alter geil Ja irgendwas Die haben dich aber gesehen Oh ich hab's geschafft Und durch Tu nicht Nein Er hat mir Spockbissar In dem Moment wo ich da durchrolle In den Rücken geworfen Ich wollte schon sagen Hä? Ich bin doch gar nicht gespawnt Kannst du mir den Gefallen tun Und kurz wechseln Damit ich spawnen kann Nee Warte kurz Warte bevor du spawnst Okay? Ich kann doch gar nicht spawnen In dem Das ist ja mein Problem Was hast du denn da gerade gemacht? Ich hab's nicht hinbekommen Okay Wo war das nochmal? Hä? 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 Genau deswegen Es legt halt mann Bei mir war ich gerade noch an dem Ding Deswegen hab ich wieder zurückgedrückt Genau deswegen Hä? Hab ich den hab ich Warte kurz Jetzt machen wir was ganz cooles Und zwar mach ich jetzt so Und jetzt Boah Ja Wenn ich kann dann kann ich Ja cool Das hab ich geil gemacht Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da hinten Du hast dich schon wieder aufgeweckt hier Warum? Alok Alok steht jetzt genau unter mir Wir sind ganz schön schnell du Wir haben 25 Minuten Und für Bronze haben wir eine Stunde Das muss eigentlich eine ganz schön lange Mission sein Mehr Fremden Fällen wir mal so auf Oh mein fucking Gott Ich bin so tot Weil du die alle aufgescheucht hast Wenn du jetzt einer zu dem Tisch komm Bin ich echt am Arsch Ich bin Man kann nicht auf Kronleuchter springen So viel kann ich dir verraten Sicher? Ja Ich hab mich gerade ausprobiert Na klar kannst du auf das Ding springen oder? Ich wollte auf den Kronleuchter springen Das ging nicht Der hat sich nicht festgehalten Ich bin genau drauf gelandet Töte Alok Wie kann man den denn noch töten? Oder? Oder müssen wir den töten? Ich mag tötet ihn, okay? Den Karmann glaub ich töten Ich hab ihn getötet Finde einen Beweis Achso das sind ja die beiden Dudes Scheiß Wir haben's geschafft Rennst du hell drin Der helle drin Weißt du wo wir da hin müssen? Ja zur helle drin Ich schaff's nicht Ich bin tot Der Jump war nicht weit genug Ich warte hier okay Elf Alarme ausgelöst 19 Alarme 20 Alarme 21 Alarme Ja weil der alt hier rum schreit Wie so ein behinderter Burensohn Scheiße keine Goldharztränke mehr Bist du tot? Ich bin halt hier rausgelegt Einfach Ich glaub die haben mich gefunden Oh ja die haben mich gefunden Ich bin tot Ich bin aus ner Minihöhe gesprungen und bin deswegen tot Bitte nicht Bitte nicht Sag mir so schnell Sag mir so bald to spawn ganz bescheid Bitte Ganz schnell Hase Du hast du safe Du hast ihn bl bulk 7 Woh 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 Menschen Woh und Settings clock 5 Hase Oder Kinder Mutter Mär veil B Alter, das ist knapp. Scheiß auf die Alarme jetzt, okay? Bist du da? Wo bist du eigentlich? Du bist unter mir. Alter, die rennen jetzt alles hier hin. Wie kommt man denn da rüber? Oh, das ist ein riesiges Seil. Bitte macht nicht die selben Fehler. Was machst du? Dann gehe ich hier gerade wieder zurück. Ich warte jetzt, bis du bespawst bist. Oh Gott. Alter, die Musik macht mich ganz nervös. Ich habe richtig schwitzige Hände. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich gehe mal wollen lassen. Yo. Yo. Übertreib doch mal nicht so. Jawohl, Junge, ich habe es geschafft. Ich bin drüben. Ich habe es geschafft, René. Ja? Ja. Oh, der hier drin ist ganz nervös. Der drinnen hier drin ist ganz nervös. LOL. Wie hast du das jetzt gemacht? Keine Ahnung. LOL, René, ist es dein Ernst? Digga, wenn er mich einfach so findet. Alter, ich war auf der anderen Seite. Ich weiß, dass das hier safe ist. Das weiß ich noch von Anfang an. Ich war auf der anderen Seite. Ich war kurz vor der Fotze. Und bei dir wird Alarm ausgelöst. Übel weit weg. Und der hört das. Und rastet vollkommen aus. Wenn es halt nicht lenken würde. Achso. Ich bin tot. Ich habe sie aber alle abgelenkt. Soll es eigentlich gut durchgekommen sein. Oh, Mann. Was komme ich denn aus der Budi hier raus, Alter? Da, jetzt rechts. Ist er echt da hoch? Ich freue jetzt mal nicht mal. Ja, ich freue jetzt mal nicht. Und jetzt wäre ich daneben gesprungen. Nicht witzig. Ah, ich lasse mich mal fallen, ne? Oh, das war Ende. Kommt er wieder, ne? Ja, geil. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge von Sticks Shards of Darkness.